Was ist künstliche Intelligenz? Diese Frage stellte ich mir und möchte sie euch auch stellen. Und damit herzlich willkommen zu Der Kreis schließt sich. Ich hoffe, dass ich mit diesem Video meinen Beitrag dazu leisten kann, dass möglichst vielen Menschen bewusst wird, was hier auf der Erde mit uns passiert ist. Um auf meine Frage nach der künstlichen Intelligenz zu antworten, würde ich ganz spontan synthetisches Wissen sagen. Doch was ist das genau und wo können wir es finden? Wenn wir etwas von künstlicher Intelligenz, kurz KI, hören, denken wir sofort an Computer und Roboter. Doch wer sich jetzt von sämtlichen Dogmen befreien kann, wird die fatalen Ausmaße der bereits seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten existierenden KI entdecken und nachvollziehen können. Doch lasst uns wie immer vorne anfangen. Was ist synthetisches Wissen? Das Thema Wissen hatten wir bereits ausführlich in den vorangegangenen Filmen bearbeitet. Auf das Wesentliche zusammengedampft, Wissen ist alles das, was ich selbst erlebt, gesehen, gehört und gefühlt habe. Alles andere ist Glauben. Bleibt also noch synthetisch übrig. Und ich hätte nicht gedacht, dass ausgerechnet dieses Wort so kompliziert wird. Ich möchte euch erstmal zeigen, welche Erklärung wir im Duden finden. Synthetisch, griechisch zusammensetzend, Chemie künstlich hergestellt, synthetisches Urteil, philosophischer Begriff. Das reichte mir aber bei weitem nicht, also fragte ich Wikipedia und wurde dort sofort auf den Begriff Synthese weitergeleitet. Und so leid es mir tut, aber wir tauchen jetzt in eine Sprache ein, die wahrlich nicht immer einfach nachzuvollziehen ist, die aber genau die Erklärung dessen abliefert, was hier gerade auf der Erde geschieht. Aus diesem Grund möchte ich Teile des Textes direkt vorlesen und danach anhand von Beispielen nachvollziehbar machen. Als Synthese, Zusammensetzung, Zusammenfassung, Verknüpfung, bezeichnet man den Umsatz, die Vereinigung von zwei oder mehr Elementen, Bestandteilen, zu einer neuen Einheit. Der Begriff wurde von Hermann Kolbe 1845 in die Naturwissenschaft eingeführt. Oftmals wird mit der Synthese auch das Produkt selbst, das heißt das Resultat der synthetischen Tätigkeit, bezeichnet. Dazu möchte ich ein Beispiel aus der Welt der Personen bringen. Fräulein Meier ist mit Herrn Mustermann zusammen. Beide beschließen zu heiraten und so wird aus den beiden die Familie Mustermann, das Produkt beziehungsweise die Synthese der beiden Personen und des Standesbeamten, naja und zwar ja Trauzeugen. Dieses Beispiel werden wir gleich noch einmal aufgreifen. Die Synthese ist untrennbar verbunden mit dem ihr entgegengesetzten Verfahren der Analyse. Okay, dann wollen wir mal analysieren, was eine Analyse ist. Eine Analyse, Auflösung, ist eine systematische Untersuchung, bei der das untersuchte Objekt oder Subjekt in Bestandteile, Elemente zerlegt und diese auf Grundlage von Kriterien erfasst werden. Anschließend werden diese geordnet, untersucht und ausgewertet. Insbesondere betrachtet man Beziehung und Wirkung, oft Wechselwirkung, zwischen den Elementen. Ah, das ist im Endeffekt das, was ich die ganze Zeit mit meinen Videos treibe. Und jetzt schauen wir uns noch einmal das Beispiel der Eheschließung an. Bis hierhin scheint ja für sehr viele alles total normal zu sein, weil es ja schon immer so war. Doch drehen wir den Vorgang der Synthese einfach mal um und analysieren. Wir haben also eine sogenannte Heiratsurkunde. Damit die ausgestellt werden kann, bedarf es einiger Bedingungen. Zum einen brauchen wir zwei Personen, die heiraten wollen. Dann müssen Trauzeugen vor Ort sein und wir benötigen einen Standesbeamten. Ist denn das alles so vorhanden? Ich beantworte das jetzt mal kurz und knapp. Wer den Ausführungen nicht folgen kann, sollte sich einfach die durch mich produzierten Videos zum Thema Menschen und Personen sowie Zeichen und Symbole ansehen. Also, die zwei Personen, die heiraten wollen, sind lediglich zwei Registereinträge. Wir können auch zwei Geburtsurkunden dazu sagen. Die Menschen geben sich lediglich als diese Personen aus. In den meisten Fällen haben sie nicht mal im entferntesten Ahnung davon. Die Trauzeugen sind das nächste Problem. Denn laut der juristischen Definition für Zeuge ist das der Mensch. Doch die Trauzeugen unterschreiben zum Schluss im Namen einer Person, die sie nicht sind und die ihnen nicht gehört. Das dritte Problem ist der Standesbeamte. Ist er das denn? Oder scheint er nur einer zu sein? Allerdings muss ich jetzt auch sagen, dass aus Sicht des Systems alles so in Ordnung und fast rechtens ist. Denn alle Beteiligten haben sich irgendwann auf dieses Spiel eingelassen und spielen auch wirklich nach den Spielregeln. Wenn da nicht das Problem wäre, dass wir alle einer Zwangsteilnahme an diesem Spiel unterliegen. So scheint es jedenfalls. Doch ist es nicht so, dass wir Verträgen freiwillig zustimmen müssen? Und wie ist es, wenn Verträge einseitig geändert werden? Müssen wir da nicht erneut zustimmen? Klare Antwort, genau so ist es. Lesen wir weiter. Gegenbegriff zur Analyse, auflösenden Einzelbestandteile, ist Synthese, Zusammensetzen von Elementen zu einem System. Dieser Satz erklärt schon im Groben unser ganzes Problem. Wir haben gerade gesehen, wie unserer Ideologie nach heiraten funktioniert. Solange alle mitspielen, läuft das Spiel auch reibungslos weiter. Doch was passiert, wenn wir das Geschehen hinterfragen? Wir sehen plötzlich, dass es so gar nicht funktionieren kann, weil die Einzelteile inzwischen komplett verändert wurden. Wenn ich diese Einzelteile jetzt trotzdem wie gewohnt zusammenfüge, kommt etwas völlig anderes bei raus. Doch muss das Ergebnis auch von jedem akzeptiert werden? Nein, denn der Mensch steht im Mittelpunkt des von ihm geschaffenen Rechts. Das Problem? Die Behörden, Gerichte, Polizei etc. arbeiten nur in der Synthese. Die Analyse, durch die man erst zu den Erkenntnissen kommt, wird dort komplett ausgeblendet. Jeder Bedienstete, der in die Analyse gehen würde, müsste seinen Job sofort an den Nagel hängen oder sich mit den Menschen einen und seine Kollegen wachrütteln. Zu letzterem rufe ich im Übrigen alle Bediensteten auf. Alle Nicht-Bediensteten haben jetzt aber keinen Grund, sich einfach zurückzulehnen, denn wir alle sind zum größten Teil ausschließlich in der Synthese unterwegs. Erst wenn es Probleme gibt, beginnen wir langsam analytisch zu denken. Genau aus diesem Grund wurde dieses Video produziert. Ich werde euch zeigen, dass wir schon längst die künstliche Intelligenz sind. Wir funktionieren inzwischen selbst wie Computer und genau das werde ich euch jetzt als erstes beweisen. Dazu müssen wir in die Sprache der Computer einsteigen. Ich wähle dafür einfach mal die Sprache, die einer der ersten Homecomputer der C64 nutzte. Basic, eine sehr leicht nachvollziehbare Sprache mit einfachen Befehlen. Und weil ich es nicht übertreiben will, werde ich nur ein sehr kurzes Programm entwerfen, das uns einen ersten Überblick darüber liefert, wie Computer und auch das System arbeiten. Natürlich ist das System deutlich umfangreicher und überall durch Querverbindungen vernetzt, aber für einen ersten Einblick in die Arbeitsweise sollte es reichen. Es geht hierbei lediglich um die Abfrage, ob ein Personalausweis vorhanden ist und was entsprechend passiert, falls halt keiner vorhanden ist. Wie im System werden hierzu dann insgesamt drei Aufforderungen ausgesprochen. Aber fangen wir einfach an. Früher wurde jede einzelne Programmzeile mit einer sogenannten Zeilennummer versehen. Das sieht heute inzwischen anders aus, aber ich möchte euch zeigen, dass unsere Funktionsweise schon mit der von alten Computern nahezu identisch ist. Also starten wir mit einer Zeilennummer, gefolgt von zwei Variablen. Variable sind, im Gegensatz zur Konstante, ein Platzhalter, der unterschiedliche Werte annehmen kann. Hier haben wir die Variable mit der Bezeichnung Brief, die für die Anzahl der bisher vom System abgesendeten Briefe stehen soll und den Wert 0 hat. Und die Variable Ausweis, die den Wert 1 besitzt und somit anzeigen soll, dass ein Personalausweis vorhanden ist. Mehr soll in der ersten Zeile gar nicht passieren. Also 20. Ich gehe immer in 10er Schritte, falls ich noch nachträglich Zeilen einfügen muss. Wenn später das Programm mit dem Befehl run gestartet wird, arbeitet der Computer dieses Zeile für Zeile aufsteigend ab. Also 10, 20, 30 etc. Wenn es keine weitere Zeile mehr gibt, ist das Programm beendet. Natürlich gibt es mal wieder einige Ausnahmen, aber die zeige ich euch im Laufe des Programmaufbaus. Der erste Befehl hier heißt CLS und steht für Clear Screen. Er löscht alles, was bisher auf dem Bildschirm stand. Dann folgt der erste Printbefehl. Print löst eine Bildschirmausgabe aus. Alles, was nach diesem Befehl in Anführungszeichen geschrieben steht, wird auf dem Bildschirm angezeigt. Mit Print kann man aber auch den Wert von Variablen anzeigen lassen. Das funktioniert, wenn man nach dem Printbefehl die Variable ohne Anführungszeichen angibt. Hier wird also erst der Text, bisherige Drohbriefe, angezeigt und dahinter der Wert der Variable Brief. Wenn in einer Programmzeile mehrere Befehle eingetragen werden sollen, trennt man diese mit einem Doppelpunkt. Der Befehl Input wartet auf eine Eingabe des Nutzers. Wie beim Printbefehl wird das, was in Anführungszeichen steht, auf dem Bildschirm angezeigt. Dann wartet das Programm auf die Eingabe und speichert diese in der dahinter stehenden Variablen. In diesem Fall in der Variablen Perso. Um das Dollarzeichen müssen wir uns jetzt nicht kümmern, wir wollen es ja einfach halten. Das Programm wartet also auf eine Eingabe, die dann in der folgenden Zeile überprüft wird. Dafür gibt es den Befehl if then, also auf Deutsch wenn dann. Im Programm sieht das so aus. 30. If Perso größer kleiner j then ausweist gleich 0. Hier wird überprüft, ob die Eingabe, die in der Variablen Perso gespeichert wurde, größer oder kleiner als der Buchstabe j ist. Dazu muss man wissen, dass in der Computersprache jedem Buchstaben ein Zahlenwert zugeordnet ist. Leichter gesagt wird hier einfach nur überprüft, ob die Variable Perso einen anderen Wert als j besitzt. Wenn das so ist, wird die Befehlszeile weiter ausgeführt, sonst wird der Rest übersprungen. Wenn also der Wert der Variable Perso größer oder kleiner j ist, dann erhält die Variable Ausweis den Wert 0, sonst bleibt es beim Wert 1, wie in Zeile 10 schon festgelegt. In der nächsten Zeile geht es wieder um eine Abfrage. Dieses Mal geht es um die Abfrage der Variable Ausweis. Wenn diese den Wert 1 trägt, also ein Personalausweis vorhanden ist, dann soll auf dem Bildschirm der folgende Satz angezeigt werden. Alles okay, bitte zum nächsten Datensatz wechseln. Danach wird die Variable Brief auf den Wert 0 gesetzt, was erst später relevant wird. Abschließend wird das Programm mit dem Befehl End beendet. Bisher passiert zusammenfassend also folgendes. In Zeile 10 setzen wir die Variable Ausweis auf den Wert 1. In Zeile 20 muss der Nutzer eingeben, ob wirklich ein Personalausweis vorhanden ist. Wenn er das bestätigt, bleibt der Wert der Variable Ausweis bei 1 und löst in Zeile 40 die Bildschirmausgabe aus und beendet das Programm. Wenn der Nutzer die Frage allerdings verneint, überspringt das Programm alles, was nach dem Befehl Then in Zeile 40 steht und macht in Zeile 50 weiter. Jetzt geht es um das, was passieren soll, wenn kein Ausweis vorhanden ist. Dafür müssen wir die Variable Ausweis und die Variable Brief abfragen. Basic kennt für diese Unverknüpfung den Befehl End. Fragen wir also los. Wenn also kein Ausweis vorhanden ist und auch noch kein Brief versendet wurde, dann soll auf dem Bildschirm die Nachricht Erste Aufforderung zusenden ausgegeben werden. Der Doppelpunkt zeigt an, dass jetzt ein neuer Befehl folgt. Dieser lautet Goto 200 und bedeutet, dass es jetzt bei der Zeilennummer 200 weitergeht. Wir machen jetzt also einen Sprung zur Zeile 200. Diese soll einfach die Frist simulieren, die der Empfänger zum Reagieren und Ausweis beantragen hat. Sobald die Return-Taste gedrückt wird, geht es in Zeile 210 weiter. Dort wird die Variable Brief um 1 erhöht, da ja bereits ein Brief versendet wurde. Der Wert für Ausweis wird wieder auf 1 gesetzt, da wir ja davon ausgehen, dass jetzt ein Personalausweis beantragt wurde. Danach folgt der Befehl, dass es ab jetzt in Zeile 20 weitergeht. Dort wird wieder der Bildschirm gelöscht und der Text bisherige Drohbriefe ausgegeben. In Zeile 210 wurde der Wert für Brief um 1 erhöht, also von 0 auf 1 gesetzt und in Zeile 20 hinter dem Text angezeigt. Es folgt erneut die Abfrage, ob ein Personalausweis vorhanden ist. Wie das funktioniert, hatten wir ja bereits. Gehen wir davon aus, dass kein Ausweis beantragt wurde, landen wir wieder in Zeile 50. Doch dieses Mal ist der Wert der Variable Brief 1, da ja schon ein Brief versendet wurde. Wir brauchen also eine weitere Abfrage. 60. If Ausweis gleich 0 and Brief gleich 1, then print zweite Aufforderung zu senden. Beachtet, dass die Anweisung in Zeile 50 nicht ausgeführt wird, da der Wert von Brief ja nicht 0 ist. Ausweis ist 0, Brief ist 1, also wird die Anweisung aus Zeile 60 ausgeführt und eine zweite Aufforderung zugesendet. Wieder folgt mit dem Befehl Goto 200 der Sprung zur Zeile 200, in der die Frist simuliert wird. Sobald die entsprechende Taste gedrückt wurde, wird der Wert für Brief erneut um 1 erhöht. Die Variable Ausweis auf 1 gesetzt und wieder zur Zeile 20 gesprungen. Das Spiel beginnt von vorne und wir brauchen eine weitere Abfrage. 70. If Ausweis gleich 0 and Brief gleich 2, then print dritte Aufforderung zu senden. Mit Goto 200 geht es wieder zur Fristsimulation. Noch einmal wird der Wert für Brief um 1 erhöht, Ausweis auf 1 gesetzt und zur Zeile 20 gesprungen. Da die dritte Aufforderung bekanntlich die letzte ist, nähern wir uns jetzt dem Ende. Sollte also immer noch kein Ausweis beantragt worden sein, landen wir wieder bei den Abfragen und brauchen eine letzte Anweisung. 80. If Ausweis gleich 0 and Brief gleich 3, then print Vollstreckung einleiten. Nach drei Briefen wird jetzt die Vollstreckung eingeleitet. Dort fragt natürlich niemand mehr nach, wie es dazu kam. Da dafür niemand verantwortlich sein will, muss das eine andere Behörde übernehmen. Wir simulieren das mit dem Goto-Befehl und schicken das Programm zur Zeile 100. Und schon ist das Konto gesperrt und das Programm beendet. Und genau so arbeiten sämtliche Behörden. Oben sitzt der Gesetzgeber oder einfach nur der Vorgesetzte, der sagt, was Fakt und zu tun ist. Siehe Zeile 10. Und danach wird nur noch ausgeführt, was vorgegeben ist. Nur wer die Variablen ändern, beziehungsweise vorbestimmen kann, kann damit das System ändern. Leider denken wir inzwischen auch fast nur noch in If-Then-Schleifen. Wenn ich die Miete nicht zahle, dann fliege ich raus. Wenn ich den Befehl nicht ausführe, dann werde ich gekündigt. Wenn ich kein Geld habe, dann muss ich verhungern. Wenn ich nicht arbeite, dann bin ich nichts wert. Wenn das im Gesetzbuch steht, dann muss ich es befolgen. Das ist Basic. Das ist ein Programm. Das ist künstliche Intelligenz. Denn man gibt uns alles vor und wir schlucken es ohne zu hinterfragen. Und das auch dann noch, wenn die Lüge mit Paukentrompeten und wehenden Fahnen vor uns steht. Denn wir haben verlernt, die Variablen zu hinterfragen, zu analysieren, ob das Gesagte oder Geschriebene überhaupt sein kann, ob wir selbst Betroffene sind oder ob es sich nur um Fiktion, eine Erdichtung handelt. Solange wir nicht anfangen zu analysieren, sind wir selbst nichts weiter als künstliche Intelligenz und nicht das, was wir Menschen sein könnten. Das ist die Matrix. So arbeitet das System. Und die Aufgabe jedes Einzelnen ist, alles zu hinterfragen und nichts mehr zu glauben. Wenn wir damit beginnen, werden wir die oder denjenigen finden, der die Variablen festlegt, nach denen wir im System funktionieren. Und wir können bei jedem beliebigen Thema Beginn, denn schon nach kurzer Analyse werden die Lügen erkennbar. Bevor ich mit euch jetzt ein paar Themen durchgehe, möchte ich euch noch einen weiteren Befehl der Basic-Sprache näher bringen. Die for to next Schleife. Diese funktioniert folgendermaßen. Einer beliebigen Variablen wird ein Wert von bis zugewiesen. Zum Beispiel for Sekunde gleich 0 to 59. Mit dem Befehl next Sekunde wird der Wert von Sekunde um 1 erhöht bis 59 erreicht ist. Dann ist die Schleife beendet. Schauen wir uns das kurz als Programm, auch Quellcode genannt, an. 10 vor Sekunde gleich 0 to 59. 20 CLS Doppelpunkt Print Sekunde. 30 Next Sekunde. Wenn wir das Programm starten, wird für die Variable Sekunde der Wert 0 gesetzt, auf den Monitor ausgegeben und anschließend um 1 erhöht. Diese Schleife wird so lange durchlaufen, bis der Wert 59 erreicht ist. Und wo nutzen wir diese Methode? Ich habe ja nicht umsonst die Variable Sekunde genannt, denn natürlich kann man diese Schleife auch verschachteln. Das könnte dann so aussehen. Und siehe da, wir simulieren einen Zeitmesser. Hier jetzt allerdings deutlich schneller als das, was wir als Uhrzeit kennen. Mir ging es auch nur um den Befehl, falls wir ihn gleich noch brauchen sollten. Ich möchte beim Beispiel Personalausweis bleiben und springe jetzt in die Vorgaben, die das System macht. Starten wir also beim Personalausweisgesetz § 1 und tun so, als wären wir ein Computer, dem man mit einem Programm alles erklären muss, damit das erwartete Resultat, in diesem Fall der Personalausweis, erzeugt werden kann. Starten wir beim Absatz 1. Deutsche im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes sind verpflichtet, einen Ausweis zu besitzen, sobald sie 16 Jahre alt sind und der allgemeinen Meldepflicht unterliegen oder, ohne ihr zu unterliegen, sich überwiegend in Deutschland aufhalten. Und jetzt übersetzen wir diesen Satz in Basic. If Angehörigkeit gleich Deutscher, and spezifisch gleich GG116 Absatz 1, and Alter größer oder gleich 16, and, Klammer auf, Meldepflicht gleich 1, or, Klammer auf, Meldepflicht gleich 0, Endaufenthalt gleich 1, Klammer zu, Klammer zu, then verpflichtet gleich 1. Puh! Wie gesagt, so könnte die Befehlszeile in Basic aussehen. Doch irgendetwas fehlt noch. Erinnern wir uns an Zeile 10 des ersten Programms. Dort wurden einige Variablen vordefiniert. Und genau das müssen wir hier auch machen. Doch woher sollen wir die Information nehmen? Wer bestimmt denn, wer Deutscher ist? Und wer dem Absatz 1 des Grundgesetzes unterliegt? Wie kann man das herausbekommen? So scheint es ja wohl nicht zu gehen. Und der Perso bzw. Reisepass reichen dafür auch nicht aus, zumal man den ja hier auch erst beantragen würde. Hier steht es ganz deutlich. Der Bundespersonalausweis oder der Deutsche Reisepass sind kein Nachweis über den Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit. Sie begründen lediglich die Vermutung, dass der Ausweisinhaber die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Wer kann also die Variable Angehörigkeit auf Deutscher setzen? Und vor allem, wer hat das gemacht? Zumindest bei jedem, der bisher schriftlich aufgefordert wurde, ein Perso zu beantragen. Wer einen Personalausweis hat, muss nach den Gesetzen Deutscher sein. Also wer bestimmt das? Wer legt diese Variable fest? Schon an dieser Stelle wäre es dem Computer nicht mehr möglich, einen Personalausweis auszustellen, wenn diese Variable nicht den Wert Deutscher hätte. Im nächsten Schritt wird dieses Deutscher sogar noch eingeschränkt, denn nur die Deutschen im Sinne des Artikel 116 Absatz 1 des Grundgesetzes werden angesprochen. Lesen wir uns den Artikel also durch. Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, oder als Flüchtling oder vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen Reichs nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat. Deutscher ist also, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Schon klar. Und wie bekommt man die? Wahrscheinlich, indem man Deutscher ist? Und wie kann man den Rest nachweisen? So? Dann darf man wohl nur nicht Polizistin, also Deutsche sein, oder? Auch diese Variable scheint von irgendwoher einfach vordefiniert worden zu sein, sonst wäre auch hier wieder Ende mit dem Perso. Die nächste Frage wäre die Meldepflicht, die ja bestehen müsste. Also schauen wir ins Bundesmeldegesetz, wer denn meldepflichtig ist? Im § 2 Absatz 1 finden wir auch gleich die Antwort. Die Meldebehörden haben die in ihrem Zuständigkeitsbereich wohnhaften Personen, die man auch Einwohner nennt, zu registrieren. Um also die Variable Meldepflicht auf 1 zu setzen, muss es sich also um eine Person handeln. Damit fällt der Mensch schon durchs Raster. Aber es gab ja auch noch die Möglichkeit, nicht der Meldepflicht zu unterliegen und trotzdem verpflichtet zu werden, einen Personalausweis zu besitzen. Wenn man sich nämlich überwiegend in Deutschland aufhält. Aber wo ist das? Vor allem, was ist Deutschland? Es ist eine Fiktion, ein Gedanke, eine Erdichtung. Deutschland ist die Bezeichnung für ein fiktives System, auf das wir im Laufe unseres Lebens programmiert wurden. Deutschland belegt fiktiv ein Stück Erde und wird von fiktiven Grenzen umgeben, die jederzeit geändert oder verschwinden können. Die Grenzen sind unsichtbar und existieren nur in unserer Fantasie. Es sei denn, dass kranke Köpfe Zäune oder Mauern ziehen. Doch selbst dann ist Deutschland nicht anfassbar. Wie kann sich jemand also permanent oder überwiegend in einer Fiktion aufhalten? Wäre das nicht Grund genug, ihnen die Gummizelle zu stopfen, so wie das System es für kranke Köpfe vorsieht? Die einzige Variable, die nachvollziehbar bestimmt werden kann, ist das Alter. Wenn man an die uns beigebrachte Zeitrechnung glaubt. Wie kann es also sein, dass wir uns gegenseitig zwingen, einen Personalausweis zu besitzen, wenn jeder Computer sofort aufgeben würde? Ganz einfach, indem wir nur in der Synthese denken und handeln und eben nicht analysieren, weil es nicht gewünscht ist. Uns werden die Variablen künstlich mit Werten belegt und dann haben wir zu handeln. Was vor langer Zeit womöglich noch problemlos funktionierte, wurde durch Änderung der Variablen Schritt für Schritt unmöglich und lässt sich nur noch durch Betrug, Angst und Gewalt aufrechterhalten. Es ist, als hätte man ein Stahlbetonhochhaus gebaut und im Laufe der Zeit die Materialien geändert. Aus Sand wurden Sägespäne, aus Stahl Styropor. Das Ergebnis spricht für sich. Genauso ist es mit dem System, aber wir folgen weiterhin den Programm und hinterfragen die Variablen nicht. Denn wenn wir sie hinterfragen würden, müsste uns der Irrsinn sofort auffallen. Am Computer muss man bis ins letzte Detail erklären, was er machen soll. Er hat keine eigene Entscheidungskraft, sondern hängt sich höchstens mit einer Fehlermeldung auf. Ein Computer macht also genau das, was man ihm mit einem Programm vorgibt. Nicht mehr und nicht weniger. Kommt dir das vielleicht von deiner Arbeit bekannt vor? Es liegt also am Programmierer, ob der Computer zum Schluss wirklich das ausführt, was er soll. Genauso soll der Staat, das System funktionieren. Doch aus Sicht des Systems gibt es noch Probleme. Die Entscheidungskraft des Menschen und seine Empathie. Doch genau diese wurden und werden uns Stück für Stück immer weiter abtrainiert. Das funktioniert unter anderem mit folgenden Tricks. 1. Need to know. Das bedeutet, dass jeder nur das erfährt, was er zum Funktionieren benötigt. 2. Aufteilung einer einzigen Arbeit in viele kleine Arbeiten. 3. Verwirrung durch entgegengesetzte Information. Und alleine mit diesen drei Tricks werde ich euch jetzt die uns alle zerstörende Beschäftigungstherapie beziehungsweise nachweisen. Bleiben wir beim Thema Personalausweis und beim Paragraf 1 Absatz 1 Satz 1. Stellen wir uns vor, dass irgendwo ein Bediensteter in einem Büro sitzt und überprüfen soll, ob Frau Mustermann verpflichtet ist, einen Personalausweis zu besitzen. Wenn das Ergebnis positiv ist und Frau Mustermann noch keinen Personalausweis besitzt, dann soll er sie bis zu dreimal auffordern und im Zweifelsfall Nachdruck ausüben. Der Bedienstete würde jetzt also beginnen, den Paragraf 1 des Personalausweisgesetzes abzuarbeiten und alle Voraussetzungen abzufragen. Er könnte zum Beispiel mit Frau Mustermann in Kontakt treten und sie direkt nach ihrer Staatsangehörigkeit, ihrem Alter und ihrem Aufenthaltsort befragen. Er könnte auch direkt beim Esterregister des Bundesverwaltungsamtes nachsehen, als was Frau Mustermann dort geführt wird. Weitere Informationen könnte er auch über die Meldestellen, früher Einwohnermeldeamt erhalten, zumal er sich selbst ja schon vor Ort befinden sollte. Wenn jetzt Frau Mustermann auf die Idee kommen würde, dass sie ja gar keine Person, sondern ein Mensch ist, könnte sie den Bediensteten darüber informieren und dieser sich dann ebenso, wie er jetzt mit den Menschen umgehen muss. Er würde Frau Mustermann als sogenanntes Staatseigentum einordnen und den Menschen in Ruhe lassen müssen. Da das so aber nicht gewollt ist, wird diese Arbeit in viele kleine Brocken und mehrere Bedienstete aufgeteilt. Wenn wir jetzt noch eine entgegengesetzte Information einschleusen und das Ergebnis nach unten weiterleiten, müssen alle davon ausgehen, dass jeder einen Personalausweis besitzen muss, der nicht eine fremde Staatsbürgerschaft vorweisen kann. Moment, ich lese euch das mal vor und dann herzlich willkommen in der Realität. Bundesgesetzblatt Teil 2 vom 11. April 1976. Gesetz zu dem Übereinkommen vom 28. September 1954 über die Rechtsstellung von Staatenlosen. Artikel 27 Personalausweise. Die Vertragsstaaten stellen jedem Staatenlosen, der sich in ihrem Hoheitsgebiet befindet und keinen gültigen Reiseausweis besitzt, einen Personalausweis aus. Also egal ob Deutscher oder Staatenloser, Personalausweis muss sein. Und damit niemand auf die Idee kommt, weitere Gesetze zu hinterfragen, wird einfach eine Diffamierungskampagne gestartet und mit Angst vor Konsequenzen gefüttert. Die Dienststellen werden immer weiter fair und großflächig aufgeteilt, damit es möglichst wenig Kontakt zu anderen Mitarbeitern und vor allem zum inzwischen Kunden gibt. Jeder bekommt einen winzig kleinen Krümel vom großen Kuchen. Und von oben kommen weitere Handlungsempfehlungen, keine Anweisungen, damit der Ausführende in der Haftung ist und nicht der wahre Verursacher. Need to know mit Nachdruck für die Übereifrigen. Der Handlungsspielraum des einzelnen Bediensteten wird immer enger und wir haben nur zwei Möglichkeiten, entweder brav mitzuspielen und zum Schluss im Firmenfaschismus unterzugehen oder uns dagegen zu wehren und dann unter Umständen als Reichsbürger betitelt zu werden. Die Systemfalle ist zugeschnappt. Und warum? Weil wir nur noch auf kleine Bereiche des großen Ganzen programmiert wurden und werden. Wir sollen nicht mehr eigenständig denken, sondern nur noch das eingetrichterte Pseudowissen bei Bedarf abrufen und auskotzen können. Ein Paradies für Bio-Roboter und die Hölle für eigenständig denkende Menschen. Wer also nach künstlicher Intelligenz sucht, sollte einfach mal unser aller Leben betrachten. Jeder von uns benimmt sich inzwischen wie ein Bit im Großrechner und unser Programm namens Leben wird immer weiter angepasst. Achtet doch einfach mal auf die Gemeinsamkeiten zwischen uns und den Computern. Wir nehmen beide Befehle entgegen und führen sie aus. Wenn wir nicht richtig funktionieren, legt man uns auf die Couch oder pumpt uns mit Chemikalien voll, bis wir wieder systemkonform ticken. Klingt für mich nach Programmfehlerbehebung. Und wer sich wirklich für das System aufopfert, bekommt auch gelegentlich neue Hardware. Wichtig ist für das System nur, dass uns alles, was uns Menschen ausmacht, abtrainiert wird. Die Arbeiten werden immer stumpfsinniger. Und das, was die Schulen inzwischen ausspucken, hat einen durchschnittlichen, geistigen Horizont, der etwa von McDonalds bis RTL 2 reicht. Zu blöd zum Denken, aber immer noch schlau genug, um stupiden Beschäftigungen nachzugehen und den letzten Dreck zu konsumieren. Ich kann nur jedem empfehlen, mit dem sinnlosen Konsumieren aufzuhören und selbst aktiv zu werden. Hinterfragt alles. Hinterfragt euer Handeln. Hinterfragt alles, was man von euch verlangt. Hinterfragt euer Dasein, eure Nahrungsmittel, euer Trinkwasser. Hinterfragt die Methoden eurer Ärzte, das Schulsystem und die Großkonzerne. Hinterfragt das Geldsystem, wie ein Smartphone funktioniert, was Windkraftanlagen mit uns und der Natur anrichten. Hinterfragt euren Fleisch- und Fischkonsum. Wo kommt das alles her? Was ist darin enthalten und vor allem, wie wurden diese Tiere gehalten? Hinterfragt die Nachrichten, die Presse sowie die Film- und Musikindustrie. Wofür sind sie wirklich da? Hinterfragt das ganze Topmodel-Gedöns und den konsumfördernden Modewahnsinn. Hinterfragt alles, was man euch erklären will. Denn genau in diesem Augenblick erhalten die Variablen ihren Wert, den man uns vorgeben will, damit wir nach der Pfeife des Programmierers tanzen. Weder die Variablen noch das Programm sind uns Menschen fest vorgegeben. Einzig und allein die Programmiersprache scheint festzustehen und nennt sich wohl Schöpfung oder Natur. Werdet euch bewusst darüber, dass unser Leben und Handeln fremdgesteuert ist. Wir leben nach dem Willen des Programmierers in einer künstlichen Intelligenz und halten diese auch noch freiwillig aufrecht. Wir wurden und werden permanent mit Falschinformationen gefüttert und sind eher bereit, uns gegenseitig auszurotten, als diese einfach mal zu hinterfragen. Wir denken inzwischen wie Computer. Oder hat man diese Art zu denken von uns übernommen und den Computern beigebracht? Egal, wie rum es einst passierte, wer Programmieren gelernt hat, der sollte diese Fähigkeit nutzen. Denn er sollte erkennen können, dass nur er über das bestimmen kann, was zum Schluss passiert. Er ist derjenige, der die Variablen und die weitere Verarbeitung bestimmt. Er ist derjenige, der es lernt zu hinterfragen, warum das Ergebnis das ist, was es ist. Er ist derjenige, der es lernt zu analysieren, um Fehler zu beheben. Genau diese Fehlerdiagnose müssen wir in allen Bereichen unseres Lebens durchführen, sonst werden wir in absehbarer Zeit keinen Lebensraum mehr für uns vorfinden. Aber bis dahin sind wir eh alle schon total überwacht, eingesperrt, durch unsere Nahrung vergiftet oder bereits tot. Was für eine rosige Zukunft. Da fragt man sich nur, warum das alles? Und schon geht die Analyse des Hinterfragens wieder los. Ihr könntet jetzt wieder beim ersten Teil von Menschen und Personen beginnen. Denn dort werdet ihr so etwas wie einen Generalschlüssel finden. Denkt dabei an die Funktionsweise eines Computers und hinterfragt, wie schon gesagt, alles, wenn jemand was von euch will. Werdet euch bewusst, wer und was ihr seid und lasst euch nicht zu etwas machen, das ihr nicht seid und was ihr nicht wollt. Wenn wir schon in einer künstlichen Welt nach künstlichen Regeln leben sollen, dann sollten wir uns auch wirklich wie eine künstliche Intelligenz, also ein Computer benehmen. Und dem muss man alles erklären, damit er das gewünschte Ergebnis ausspuckt. Lernen wir also zu hinterfragen, zu analysieren und beginnen am besten mit der Frage, bin ich ein Mensch oder eine Person und wem gehört was? Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020